Was geht ab, ihr Geiltschnittchen? Willkommen zu 2-0-Folge-Warm's-Klärm-Wars! Heute mit allem noch Sebastian, der ist im Urlaub und äh, boah. Wo bist denn du dran? Was hat denn jetzt? Ach da! Ja, ich weiß ja nicht, was sonst... Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Ja! Äh, ich weiß ja nicht, das ist alles gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin soll. Nee, das finde ich auch nicht so geil. Deswegen, lass das doch einfach. Lass doch einfach. Ja, aber ich mach das trotzdem. Scheiße, das hätte ich vorher machen können. Naja, das hätte ich selber gemacht. Stinker, ey. Ach so, der... Oh, der rechte ist sogar dran. Ja, aber was machst du da jetzt? Ja, mehr als eine Mie kann ich ja gar nicht hinlegen. Oder? Nein, haben wir noch nicht. Kannst... Du kannst einfach auf Flammenwerfer hoffen. Hahaha. Hätte ja nicht funktionieren, ehrlicherweise. Bisschen Feuer hat noch keinem geschadet. Ich kann doch nicht so nah dran stehen, da ist ein bisschen... Also, ich würde maximal zwei probieren, nach rechts zu schieben. Kannst du drei gehen? Ähm... Ah, ein bisschen kommt man's in die Wegen. Ja, aber wenn jetzt zwei nebeneinander stehen, tanzen die halt gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon okay, da Bramster direkt nebeneinander stehen, das ist voll in Ordnung. Die stehen da gut, ne? Ja. Was soll ich machen? Das Spiel hat gespawnt, ne? Ach so, das Spiel hat halt gespawnt. Das ist nicht... Feuer fackt jetzt so ein bisschen ab, Alter. Das ist nicht so, dass wenn ich da irgendwer für könnte. Müsste aber eigentlich jetzt gleich ausgehen. Der hat den Fall schon vergessen. Welche Taste muss ich denn jetzt hier drücken? Ähm... Ah! Heiß! Au! Au! Ha! 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 Nee! Ich wollte schon sagen, Alter. Ha! Die ist wieder fast oben neben meinem gelandet, ey. So. Hallo, Freunde. Das wollte ich eigentlich in der ersten Runde machen, da hatten wir das noch nicht. Aha. Sie ist... Sie ist like. Ein neuer Kommandetta um zwei Leute stehen. Aha. Come on. Umdrehen darfst du dich doch noch, ne? Ja, ja. Pass auf, Freunde. Das ist jetzt der absolute Oberscheiß. Die Cluster ist insane. Geiste im Geiste von Sepp. Ja, einer muss das ja mal machen. Oh, oh. Du solltest rechts bleiben. Puh! 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 Okay, einfach alle nach oben. Ja, die hat voll viel Schaden gemacht. Das ist ne Cluster, die überhaupt 100 damage gemacht haben. Moment mal. Das lag aber glaube ich daran, dass auch noch das Ding explodiert ist, oder? Das Geschütze ist direkt explodiert. Dafür war die Cluster dann tatsächlich ganz gut. Ist da jetzt in den Wien, bin ich jetzt am Arsch. Ist kein... Mach den blauen 150er da links weg. Isis eigentlich. Ja, ich... I try. Aber mein... Tastatur steuert sich selber. Kann nix machen. Gerade. Seine Tastatur steuert sich selber? Was? I don't get it. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ne... Der... Klarpilben? Oh, das hat geklappt. Boah, in die Tiefe! Da unten. Alter! Oh! Yo, denied! War gut. Ich hab trotzdem, das hat ja auch kein... Gewinn kein Damage gekriegt. Ja, ich hab gerade durchs Feuer Damage gekriegt, ja. Warte mal. Oh, nein! Seh ich. Only on Peter. Äh, löst die doch aus. Ja, du kannst da drüber laufen. Die geht doch... Bram hat doch drei Sekunden eingestellt. Easy snack. Wait, haben wir gar keine instant explodierenden? Das ist zufällig eingestellt. Okay, ne. Er hat Bram genau eingestellt. Bin ziemlich sicher. Ich hab auch eigentlich nicht gehofft... Ich dachte, das wär so... Ich hab auch gehofft, dass Peter, wenn er da rüber läuft, einfach jetzt hier losfliegt. Ja. Deswegen, also... Weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll. Ich schieße nach links. Whee! Boom! Motherfucker! Boah! Nein, die Mine! Was? Du kriegst aber genau. Was? Boah! Wie kann man denn so einen Lucky Random Shot machen? Alter, der war berechnet. Alter, der ist tot. Alter, der ist tot. Wir müssen unten das Wasser wegmachen. Der hat bugt gleich. Ich werd schon kommen. Ne, da ist keine link... Also, da ist ja keine komplette... Wart mal ab. Der Gefahrenfaktor ist da. Was hat dir Dominic Mysterio getan? So direkt nix, aber... Uh, besser. Der hat einfach miesen Vorlärm. Das ist richtig. Schade, Dominic Keppeler. Warum will aber auch Minenschaden kriegen immer? Ja, muss... Und warum lächst du denn mit dem Stehen? Ging nicht mal weiter nach rechts, aber die Zeit hat gelaufen. Ich hatte gehofft, dass du so weit an links klickst, dass du peter und links mitnimmst. Hallo, was? Oder das Wasser explodieren lässt. Es gab halt viele Possibilities in meiner Welt. Aber viele wenns. Geiz hat sich leider nicht überhalten. Aber ich wollte ganz so sagen, ich habe ein Gefühl nur zwei Würmer. Einen links, den doppelt und einen rechts. Ja, bei Walter Sophia. Sneaky. Du hast doch schon einen Baseballschläger, möchte ich nur sagen, Christian. Ja, ich wäre, wenn du die Schnauze halten würdest. Okay. Wollen du sagen, nach links ein Loch ist. Also das Problem ist, der ist halt mit beiden Würmern als nächstes dran. Ja, da wird er mit beiden Würmern auf deinen 64er gehen, oder? Ja, da denke ich nämlich auch. Oh. Ich bin mit dem unten links als nächstes dran. Ja, aber dann mit dem unten. Okay, wow, das hat nicht nach hinten weggeschossen. Da ist ne Mine. Immerhin sicherheitshalber schon mal weggemacht, die Mine. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin noch links als nächstes dran. Boah. Erstmal ist Jay dran. Erstmal ist Jay dran. Erstmal ist Jay dran. Jay gibt es da oben aber auch wirklich die Package nach Package. Ja, das ist ja wirklich die Eier liegende Rolle. Ja, und dann bringt mir gar nix. Ja. Wenn du auf meiner Zeit bist, einmal genau dabei ist. Also du bist ja von oben rechts beschossen worden. Das ist halt eigentlich zurückzuschieben. Okay. Er furzt zurück. Okay. Was hast du davon, Peter? Komm, jetzt einen leichten Stupsi. Bei der Explosion. Oh nein. Das kann ich fast sagen. Das ist doch echt aufpassen. Was sind denn das für Lackshots, mit denen wir uns heute gegenseitig fertig machen, Alter? So, und die Gefahr ist da. Bisher ist da nur eine Steine. Ja, aber gleich kommen Brandens Grabsteine noch dazu und dann. Wie kommt die denn da rein? Oh nein, ich bin doch mit dem Brand. Das versorge ich noch gleich. Was? Ja, was? Nein, keine Ahnung. Ah, dann ist doch jetzt hier scheiße alles. Ich muss dich da leider töten. Leider. Ja, aber wie machst du das, ohne dir selbst damage zu machen? Ja, ich hab ne Idee. Okay. Ich auch. Ich bin quasi der Terminator. Nein, das ist gut zu treffen, Mann. Nein, Mann würde sich hundertprozentig keinen Schaden machen. Könntest du bitte nach rechts fallen, du dich nach links? Nein. Ich muss hier weg. Wie Bug. Wie Bug. Ja, sehr gut. Explodier bitte alles. Schade. Jawoll. Wie ist das denn? Roll drüber. Schade. Nein. Komm mal links einfach aufmachen, damit wir da mal attackieren können. Bitte lass das zu. Wär mal voll smart. Stell uns da gegenseitig die ganze Zeit auf die Fresse zu. Okay. Ja, so ist nämlich vernünftig. Roman, du hast gute Dienste geleistet. Jetzt noch hoch. Der Stückkörper habe ich noch einen. Komm, ich brauche die Eis. Es ist offen. Scheiße. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Oh, das ist schlecht. Guck mal. Links sind zwei. Oh, Mann. Was? Okay, das war's. Das war aber wieder hilarious. Oh, Mann, ey. Ich hätte links richtig damage machen können. Oh, Mann. Was? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. drüber nicht noch genug Platz. Weiß ich nicht, aber wenn der untere dran ist, nicht. Das stimmt. Ja, aber Peter macht das jetzt auch offen. Ja, oder noch weiter zu. Peter muss ja erstmal hoch. Grob noch zu, Peter. Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Ich habe mir Sorge, dass die mir auf den Sack gehen. Das ist hier alles scheiße, muss ich sagen. Das Wasser ist gleich freigeschaltet, ne? Ja, ich muss eigentlich noch höher. Also das Wasser, was wir nutzen, können, weiß ich. Ist gleich freigeschaltet. Kann ich das jetzt hier noch irgendwie setzen? Alex Schott? Ne, da habe ich nicht mehr. Scheiße. Die kann ja jetzt da irgendwie noch was nach links rüberwerfen. Das finde ich nicht gut. Wer ist jetzt dran? Na, guck mal. Schon mal der Richtige. Fliegt da alles runter. Ah, Rettungsmaßnahme. Oh, mach. Oh, der hat er gerettet, ey. Bleib da oben. Bleib da oben. Nein, du geht's. Hm. Er kann da raus. Ja, ja, ja. Das ist mir schon klar. Ich habe da gegambelt, dass der untere dran ist vor ihm. Um ehrlich zu sein. Er war ja auch richtig gegambelt. War ja auch so. Tja. Ich sehe leider keine Möglichkeit, wo man irgendwie hin kann. Scheiße, wir sind schon alle Häuser besetzt, oder? Ja. Als ob ich da unter Wasser jetzt stehe wegen Brammen. Oh mein Gott. Ja. Ich habe Angst vor Brammen, muss ich ehrlich zugeben. mit seinen Skills. Mann, was ist das? Warum kann ich ihn ja links und rechts? Danke. Oh mein Gott. Im Wasser kannst du halt nicht planten, glaube ich. Das brauche ich auch nicht. Ich mache ich auch so. Was ist das denn für Nate, Alter? Ich habe Angst vor dir. Das ist mein Respekt, den ich dir zolle. Nicht angebracht. Ich kann halt von da aus nicht attackieren. vernünftig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weg mit dem Leben. Okay. Wie komme ich hier zum Fick weg? Teleportieren. Ja. Mache ich jetzt auch. Ich mache Jay's Sachen alle kaputt. Sorry, Jay. Das ist nicht dein fucking Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst, Alter. Was? Was? Da kam immer so ein Extraschub. Ich habe dich befreit. Ich bin ein Befreier. Du hast für tief geschürft. Der Bayrock ist frei. Können wir gar nicht davon aussehen, der Peter hier ist der am meisten Apparat. Ja, aber keiner hat Respekt vor mir. Deswegen ist das egal. Das ist richtig. Ich zeig der beste Wormspieler, Bram. Autsch. Wer war denn das da gerade? Ach, warum war das? Also. Das ist gleich einmal die Sachen von 200 da hinten. Nee. So. Nee. Das war reiner Zufall. Das war, dass der Ding da kaputt gegangen ist. Ja. Ja, Schwimmerspiel. Weiter nach links. Wieso werde ich eigentlich so unfassbar gefokust in diesem Spiel, Leute? Ich hatte eigentlich gehofft, dass der zu dem 133er und 35er fliegt. Wäre ein geiler Zufall. Der sollte gleich rausfliegen, oder? Ich kann nicht hören, aber du bist halt krass. Der Jay kann ich da oben leider nur schwer erreichen. Ja, jetzt ist es gut. Und du hättest... Ich hab mir gerade schon die Holi hinschmeißen können von dem. Nee, die habe ich noch nicht gehabt. Die haben wir jetzt. Jetzt blockiert ja die Linke Seite. Weißt du, das wird dir die ganze Zeit so getan, als wenn ich im Angriffsmodus wäre. Weißt du, ich werde die ganze Zeit nur gebucht. Das ist immer noch die größte Gefahr auf diesem Feld. Mittlerweile würde ich das nicht unbedingt mehr sagen, aber... Ja, ich bin sowieso nur am Trashdown. Wow, Clusterbomben. Kannst du eigentlich genau so einen Schuss wie eben nochmal da rüber setzen. Ja, wir haben immer noch keine krassen Granaten, ey. Also die Holi... Jetzt könnte ich die Holi benutzen. Ja, ich auch nicht. Ich wäre da, hätte ich angefangen. Aber auf die Distanz würde ich glaube ich auch keine Holi schmeißen. Wobei... Der Jay hat das schon so ein paar Farben-Mechaniken. Farben-Mechaniken. Farben. Nein, aui. War das knapp. Au, 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 au. Au, wieder ein okayer Shot. Was soll das, ey? Ich muss ja ein bisschen gute Shots für das Video zeigen. Das ist aber ein Frankfurter Bahnhof. Das kannst du glaube ich auf YouTube nicht so... Das wird demonetarisiert. Erstmal das Leben. Na, ich bin eh tot da unten. Er hat wieder keinen Fallschirm genommen. Hä, Fallschirm-Schmal spüren soll ich immer. Genau, nicht nötig. Er ist krass. Nein, ich hätte nicht lachen sollen. Ich glaube, den Plan hatte der schon vorher. Der wollte gerade nur nicht ins Wasser landen. Nein, glaube ich nicht. Mal wegen Lachs. Das wollte ich nicht. Ich wollte weiter nach rechts. Warum jetzt hast du den Drachen gekittet? Das Söckchen? Oh Mann, Alter. Okay, ich habe mir jetzt dafür gesagt, dass du dich auf beiden Seiten auf mich konzentrieren musst. Ja, super. Aber erstmal ist Christian dran. Der sieht da jetzt natürlich zwei auf einmal. Die sind natürlich lecker. Das ist richtig. Aber sollte die Zwölf da oben... Also die Holy macht oben offen. Die Zwölf fällt nach unten rein und macht Schaden dem Roten und dem Grün. Nee, oder? Oder die Zwölf fliegt nach links zu 124. Beides werden insane Moves. Und das ist ein safe und kill. Immer auf die insane Moves gehen. Der war zu weit. Ist doch super. Er ist belastend. Ja, aber der macht nicht das, was ich machen wollte. Ist sehr belastend. Das ist ein Loch. Ja, aber das ist trotzdem nicht das, was ich machen wollte. Das ist ja mal ein Loch, Alter. Das ist jetzt mal ein Loch, ne? Das ist gut. Das ist ein krasses Loch jetzt. Volle Karte. Boah. Da war gerade noch ganz schön viel Insel-Einzug vor. Ja, ohne Scheiß, Alter. Mann, ey, das hat ja alles geändert hier. Das ist ja... Ich komme ja gar nicht mit mit meinem... Oh mein Gott! Double kill. Aber der Büffel der Lügen verrät einen doch nicht mal. Boah, ey, der Büffel der Lügen. Der hat es ja nur mich verraten, der Fixer. Das ist aber auch der Hass, der mir entgegengekommen ist, entgegengeschlagen ist. Eigentlich müsste das Christian abkriegen, aber... Ja, das stimmt schon. Ihr seid halt die Bauernopfer. Okay, jetzt habe ich den Linken noch, der ist außerhalb der Flucht. Ihr seid noch den 200. Das ist jetzt schlecht, ich werde das nicht überleben. Ich müsste jetzt dran sein, aber bin ich nicht. Nein, bist du nicht. Ja, Peter, es wird Zeit, time to shine, ne? Ja, der schießt ja schon die ganze Zeit so krass. Du musst ja nur Wasser darüber schmeißen. Ja, das Problem ist, dass ich auch ganz schön Angst vor Christian habe, aber hier schwer nicht nach vorne kommen, weil ich das Gefühl habe, dass ich noch nicht nochmal das Glück der Mina habe. Weil das wäre jetzt ultra unangenehm. Ach, du willst beide Kisten da links noch haben? Natürlich. Nee, ich wollte weiter nach links kommen, damit ich die Chance habe, was gegen dich zu machen, weil du mir gerade gefährlicher bist als Jay. Ja, beide können schmeißen. Also, ich kann doch gar nichts schmeißen. Das gibt es nicht. Wenn du drauf ankommst, Versage. Du hast am Ende nochmal nachkorrigiert. Habe ich nicht mal. Doch, bestimmt. Ich habe das Gefühl, Peter. Der krasseste Spieler ist vom Platz jetzt erstmal. Das ist ja auch eigentlich netter. Gut, dass wir zusammengearbeitet haben. Und dann ist die Map, die übrig geblieben ist. Ja, wie seine ganzen, du meinst, so langsam steckt mir das Wasser bis zum Hals. Ja. Und ich kann Peter da nichts hinschmeißen. Also, vielleicht eine Granate, aber das ist vom Winkel auch nicht so optimal. Du könntest auch Wasser benutzen. Nein. Ja, ich weiß, aber... Oh, es ist zu weit. Boah! Alter! Was hat die Fassbremse gemacht? Ah, Wasser macht den halt nur da so ein bisschen, ne? Ne, ich meinte auch links. Achso, links. Ja, ne. Ja doch, dann hättest du dieses Spot haben können. Wollt schon spielen. Ey! Was soll das? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Oh nein, jetzt hängt der da. Oh! Welcome to Worms Clan Wars. Oh, aber clever. Ja. Oh, vielleicht kriegst du... Was? Was ist das denn? So, jetzt Weapons of Mass Destruction. Was ist das denn? Was ist das denn? Jogi, Jogi, Junge, Alter! Ich wollte nur die Kisten haben. Deswegen war das gerade... Einfach mein Move. Ey, musst du sagen, Gute, Alter! Ich wollte nur unbedingt die Kisten haben. What the fuck? Also, Gert zweimal eigentlich ganz gut geschaltet, muss man sagen. Alter, okay, die waren halt sowas von nicht worth it, Alter. Ich kotze. Okay. Ja, GG. Ja, ich weiß ja, aber immer noch nicht viel zu tun. Du musst doch nur wieder mit einem Bazooka wieder treffen. Ja, richtig. Du machst mich da easy weg. Okay, pass auf. Kalkulation. Mhm. Ja, Rückenwind muss beachtet werden. Ja, easy. Alter, ich... Oh! 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 Ja, 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 ja! Dieser komische Sound davon. Wenn wir nur 8 Promille drin haben, dann war ich ja auch so... So, versuche ich mich jetzt nochmal irgendwo hinzusetzen. Ich meine, wenn ich mich nicht hier oben hinsetze, dann macht Jay mich weg. Ich kann mich halt nicht bewegen. Ich kann mich bewegen, wann ist die Teleportationskanone nach links? Ich habe doch gar nicht... Natürlich gehe ich auf fucking Petersmitz. Ich werde hier die ganze Zeit von zwei Seiten... Möchtest du da nicht wegkommen, Christian? Ja, aber wohin? Dann macht mich jeder weg in der nächsten Runde. Beides wäre besser als das stehen bleiben, oder? Oh, die Benenne! Oh, du bleibst im Leben, Peter. Gehe ich genau in die Mitte? Macht Jay mich weg? Oder Peter? Peter macht Peter mich weg? Gehe ich zu Jay, macht Jay mich weg? Bisschen hinterm Marsch noch. Oh, oh. Oh, vielleicht werde ich ja sogar 2, 3. Das ist belastend, ey. Schwer zu werfen. Angst hat, die nicht da unten drin bleibt. Oh Gott. Was ist das denn, ey? Was ist das denn, ey? Boah, bin ich scheiße, Mann. Mach mich weg, Peter. Ja, würde ich gerne, aber gerade ist mir der Skill abhanden gekommen. Ja. Peter, du machst ihn da jetzt weg. Ist ganz easy. Du kannst jetzt auch nach links durchlaufen, weil die Mine da weg ist. So, die Frage ist jetzt, diese Stellpläne. Tu mir den Gefallen, dass ich dich noch so einen unangenehmen Zug machen muss. Ich will jetzt aber eigentlich auch nochmal die Banane benutzen. Ja, mach mich weg. Bitte. Do it. Kill mich. Ne, 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 ne. Naja, chill mal kurz dein Leben. Ja, mach mich weg. Eine Sekunde auf die Distanz, Junge. Tu mir den Gefallen. Danke. Ja, nirgends. Oh. Boah, war das bad, Alter. Und der beste Warp-Spieler. Bram ist der Letzter. Ich will wieder Zweiter mit Jay. Jawohl. Ja, Hauptsache nicht Letzter. Ich hab das selber gehört. Danke oder so. Bis dann. Tschüss. Tschüss.